Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weitervergubberzockt Ein bisschen Simutrans Gorman hat mal fertig gehabt Da wirds jetzt auch gleich richtig voll werden, sobald der Zug hier um angekommen ist Und vor allem, das wird echt interessant hier, wenn das hier alles so mitten rein wächst Da bin ich echt mal gespannt Du wirst 1215 und kannst dich hier komplett voll laden Das ist schön Was wir heute angehen wollten Ich denke, da werden wir wahrscheinlich sogar 2 Folgen für brauchen Ist drüben Oh Oh Der, der Zopp hier Und da würde ich auch fast sagen, dass wir hier nicht da rein gehen, sondern Einmal hier rüber Und da werden wir dann irgendwo So Jetzt gehts los Ich würde fast sagen, wir nehmen das hier als Hauptstrecke Und gehen hier als Mitte rein So 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 Oh shit 5 5 5 5 5 5 Die Fliege nervt mich schon wieder. Signal, 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 Signal. Auswahlsignal, Ausfahrsignal. Und dann hier. Achso, den hier. Betriebsgewinn. Ja, guck mal, wir haben März und haben schon fast den Betriebsgewinn vom Vorjahr. Also ich denke mal, das wird ein Rekordjahr werden. Aber ein Riesenrekordjahr. So, dann gucken wir mal, dass wir hier hochkommen. Baukosten 14. Oh shit. Na gut, haben wir halt die Straße gebaut oder die Zugstrecke da. Ah ne, warte mal, hier kommen wir nicht hoch. So, nochmal. Von da bis nach da. Und jetzt müssen wir hier auch irgendwie runterkommen. Was ist das schon so weit? Jawoll. So, dann gehts hier weiter. Wiese nach hier. Und da ran. Ja, irgendwo müssen wir natürlich anfangen. Oh, das war die Windows-Taste. Gehen wir da auf 5 und fahren von dort bis nach dort für 172.000. Und setzen hier das Ausfallsignal wieder manuell hin. Da steht eins gut. Pass auf, jetzt erstellen wir. Das ist Harburg-ZoB. Neue Linie. Von dort nach dort. Von dort nach dort. Das ist die Regionalbahn. Und jetzt müssen wir nach Oranienburg ganz runter. Und von hier starten wir dann jetzt. Stadtlohn, Harburg-ZoB starten. Starten. So, bis nach hier unten. Dann läuft diese Linie schon mal. Jetzt brauchen wir diese Linie hier. Du kannst weg. Statt Lohn. Linie ändern. Du löschen. Du bringst die Mitte mal alle da hin. Und jetzt geht's hier noch nicht weiter. Okay. Fakt ist, wir brauchen erstmal hier Straßen. Darunter. Der hier muss umgebaut werden nach dort. Der läuft da in der Mitte durch. 1, 2, 3 Straße. 1, 2, 3 Straße. 1, 2, 3 Straße. Dann geht das jetzt hier durch weiter. weiter. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Puh, das wird hier ein Riesenumbau werden. Da durch. Da durch. Du bist noch da. Du bist noch da. So in etwa. Und dann kommt die Stadtmauer hin. Die kommt hier lang. Die ist hier lang. Und das hier hinten muss alles raus. Und diese Stadtmauer muss hier ran. So, das ist jetzt schon mal eine neue Stadtmauer. Wir haben jetzt hier die Mitte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und noch da. Und 1, 2 und noch da. Wir hätten den wahrscheinlich weiter nach hier rüber schieben müssen. Aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt noch. Das passt dort aber nicht. Gut, dass wir hier eine Überschneidung haben, das interessiert mich relativ wenig. Das stimmt. Das stimmt. Die ist es so wichtig. Jetzt haben wir genau die Bushaltestelle hier auf der Hauptstraße. So, so. So und so. So. Die Linie muss dann noch weiter nach dort verschoben werden. Soweit wir den hier leer haben. Ha, 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 ha. Okay. Im Depot. Duo auf die Linie. Statt Lohn HWF. Statt Lohn HWF. Hamburg. HKZOP. Das gleiche hier. So, dann mach das Ding mal leer. Auswahl. 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 Wir fahren auf der Strecke. Da fährt noch einer. So, Straßen entfernen. Der muss komplett weg. Okay, da wird es jetzt relativ voll. So, der ist weg. Hier brauchen wir jetzt mehr, definitiv mehr Haltestellen, damit der hier möglichst schnell abgebaut wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sound extrem laut ist. Ich drehe den mal ein bisschen runter und mache das mal bei mir auf dem Kopfhörer leiser. So, Passagiere ist natürlich... Ach, ist das auch so viel. Mach das Ding mal größer hier. So, da kommt nur noch die ganze Fahrzeuge raus. Dann wird jetzt wahrscheinlich der hier gleich komplett überfüllt werden. Aber das werden wir sehen. Alter Schwede. Gut, Harburg ist ja jetzt hier schlecht dran. Wie wir das umbauen, das weiß ich noch nicht so ganz. Fakt ist ja auf jeden Fall, dass das Ding sich hier überschneiden wird. Oh, das war falsch. Aber das ist eigentlich vollkommen egal. Genau, die kommen jetzt ja genau auf die Hauptstraße. Das heißt, wir müssen die Hauptstraße hier komplett entfernen. Oh, da muss auch noch entfernt werden. So, der ist hier auf der Hauptstraße. Und die werden jetzt wahrscheinlich von da aus irgendwo da unten rumpimmeln. Aber was sollen sie mal machen? Warte, ich habe doch ein Ausfallsignal. Warum nutzt ihr das Ausfallsignal nicht? Doch, jetzt. Ach so, weil der wohl noch da rein. Um Gottes Willen, ey. Ja, so leid es mir tut, ne. Harburg. Hemmer, Harburg. Harburg muss komplett ausgemustert werden. Die müssen wir komplett rausnehmen, dass wir dann die Linie löschen können. Die Linie löschen. Die Linie löschen. Die Linie löschen.